Deutschland hat Merkel ihre Bürger überfordert. Nach dem AfD-Triumph gestern in Merkels Heimat Mecklenburg-Vorpommern liegt die Antwort nahe. Ja, hat sie. Mit bitteren Konsequenzen für ihre CDU rechts überholt und auf den dritten Platz verwiesen. Die Welt schreibt heute von einer Demütigung, die FAZ von einem Scherbengericht. Der Fluch der guten Tat, ein Jahr nach der Grenzöffnung. Versteht, die Flüchtlinge haben nicht das Land, aber die politische Landschaft verändert. Es rumort, Deutschland ist politisiert wie lange nicht mehr. Proteststimmen von allen Parteien wandern nach rechts. Was folgt daraus für die Regierungspolitik, für den künftigen Kurs in der Flüchtlingsfrage? Hören wir da bald mal ein, wir haben verstanden? Harte, aber fair mit diesen Gästen. Peter Altmaier, der Chef des Bundeskanzleramts, stellt klar, wir nehmen bei der Flüchtlingspolitik die Sorgen der Menschen sehr ernst. Ido Reil, der AfD-Politiker, ist überzeugt, CDU und SPD haben sich in der Flüchtlingspolitik von der Realität verabschiedet. Wir schaffen das nämlich nicht. Deshalb bin ich von der SPD zur AfD gewechselt. Und die ist auf dem Weg zur Volkspartei. So was nennt man Beständigkeit. Schauen Sie sich das mal an. Zweimal Angela Merkel, ähnlicher Auftritt, Ähnliche Botschaft, dazwischen das Ja der Flüchtlinge. Das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Ich bin heute wie damals davon überzeugt, dass wir es schaffen, unserer historischen Aufgabe, und dies ist eine historische Bewährungsaufgabe in Zeiten der Globalisierung, gerecht zu werden. Wir schaffen das und wir haben im Übrigen in den letzten elf Monaten sehr, sehr viel bereits geschafft. Herr Altmaier, dieser Satz klingt ja so ein bisschen in der Wiederholung wie weiter so. Jetzt hat gestern zum ersten Mal eine rechte Partei rechtsaußen die Union überholt. Kann es da einen weiter so geben? Es ist eine Herausforderung für die CDU, für die CDU-geführte Bundesregierung. Aber es ist auch eine Herausforderung für SPD, Grüne, FDP, für alle Parteien, die sozusagen zu diesem System mit dazugehören. Verzeihen Sie mir, wenn ich ein bisschen schneller reingehe als sonst. Sie sagen, eine Herausforderung. Das ist etwas, was wir seit Monaten hören und ist eigentlich Politik-Sprech. Es gibt diesen wunderbaren Satz, den ein Opel-Slogan mal herausgehauen hat. Wir haben verstanden. Opel war in der Krise. Sie wollten den Hebel umlegen. Sie sagen, wir haben verstanden. Was haben Sie verstanden durch das Wahlergebnis gestern? Erst einmal, wenn ich sage, wir haben verstanden, dann meine ich damit, dass wir als Parteien überlegen müssen, wie wir dem falschen Eindruck entgegentreten. Dass sich hier in diesem Land alles nur noch um Flüchtlinge dreht. Die Menschen sagen sich, es muss auch noch andere Herausforderungen und Probleme geben als nur die Flüchtlingsfragen. Die Menschen wollen aber offenbar drüber reden. Das hat ja nicht zuletzt Ihr Kandidat, den Mecklenburg-Vorpommern, erlebt, der mit der Kanzlerin vor 150 Leuten stand und feststellte, alle wollen nur über Flüchtlinge reden. Sie haben eben die Piraten angesprochen. Damit wollen Sie ja so ein bisschen, ich interpretiere Sie, was immer gefährlich ist, sagen, sowas verschwindet auch wieder. Die Piraten, alle haben drüber geredet, dann waren Sie wieder weg. Sie haben am 10. März in einem Weltinterview gesagt, ich bin überzeugt, dass die Erfolge der AfD in sich zusammenfallen werden, sobald die Bürger spüren, dass wir die Herausforderung, da ist das Wort, wieder bewältigt haben, wie ein Soufflé, das aus dem heißen Ofen an die frische Luft kommt. Herr Altmaier, es scheint eher ein Hefeteich zu sein, der geht auf. Wir kritisieren aber eine Partei, die nichts tut, um die Probleme zu lösen, um den Menschen die Sorgen zu nehmen, sondern diese Sorgen ausbeutet für populistische Zwecke. Wir müssen nicht über die Partei reden, wir können mit der Partei reden. Wir können, danke schön, Herr Altmaier, wir können mit der Partei reden. Herr Reil, wie ist die Wiederholung des Satzes, wir schaffen das nach einem Jahr, wie ist das bei Ihnen angekommen? Also für mich ist das eine völlige Katastrophe. Es wurde nichts verstanden. Dieses Weiter-so, obwohl man doch wirklich sehen muss, dass diese ganzen Bedenken, die letztes Jahr die sogenannten besorgten Bürger hatten, unsere Gesellschaft ist ja gerade dabei, sich zu spalten. Letztes Jahr ging es los, die Gesellschaft hat sich gespalten in besorgten Bürger und in guten Menschen. Und ein Jahr später müssen wir doch ganz klar sagen, die besorgten Bürger haben recht gehabt. Alle Ängste, Nöte und Befürchtungen, die die besorgten Bürger hatten, sind eingetreten. Und das ist noch viel schlimmer gekommen. Also ich hätte mir die Ereignisse von Köln im Traum nicht einfallen lassen. Das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, obwohl ich große Sorgen hatte. Also ich erzähle seit dem 30. September 2015, wir schaffen das nicht. Und ich bin voll an der Seite der besorgten Bürger und ich kann alle Ängste und Nöte absolut nachvollziehen. Und die Entwicklung, allein in den letzten zwölf Monaten, bei mir in meiner Heimat, im Ruhrgebiet und im Essener Norden, die so erschüttern, ich werde da gleich mal ein bisschen genauer drauf eingehen, also da sehen die Menschen, das wird überhaupt nicht funktionieren. Welches Signal hätten Sie sich denn von Ihrer Kanzlerin, ist auch Ihre, erwartet? Also ich hätte mich gefreut, wenn Sie gesagt hätten, ich habe was eingesehen, ich habe da einen Fehler gemacht. So geht es nicht. Wir nehmen hier nicht jeden. Und wir nehmen hier nicht jeden jungen Mann ohne Pass in unserem Land. CDU rechts überholt. AfD wird zweitstärkste Partei in Schwerin. AfD demütigt die CDU. Bayerns Finanzminister Markus Söder fordert eine Reaktion. Das muss ein Weckruf für die Union sein. Die Stimmung der Bürger lässt sich nicht mehr ignorieren. Es braucht einen Kurswechsel in Berlin. Lieber Politiker, hier sitzt ein Mann, von dem können Sie vielleicht etwas lernen, vielleicht aus der Tatsache heraus, dass er etwas Unvorstellbares gemacht hat. Sie haben eben eine Frage gestellt. Was treibt die Leute um? Warum verhalten Sie sich so? Sie haben einen Exkurs gemacht über den autoritären Anteil in der SPD. Das heißt, Sie haben über einen Menschen auch gesprochen. Ob das stimmt oder nicht, werden wir ja sehen. Über diesen Menschen nicht. Nein, ich würde diesen Menschen, der 26 Jahre in der SPD war, eigentlich wie aus dem Klischee-Bilderbuch, Sie sind einer der letzten Bergleute, die es da noch gibt, Steiger. Wie würden Sie die Frage von Frau Schwan, die sie eben rhetorisch gestellt hat, beantworten? Was treibt Sie um vor allen Dingen? Was hat Sie aus der SPD rausgetrieben und in die AfD rein? Also erstmal, ich bin nicht nur Steiger, ich bin auch noch Betriebsrat und Gewerkschaftler. Also mehr SPD kann man eigentlich nicht sein. Sie sind es aber nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Sie sind nicht mehr SPD. Aber ich bin auch Betriebsrat und Gewerkschaftler und vertrete weiter die Interessen meiner Leute, der Arbeiter unter kleinen Leuten. Und da lege ich ganz viel Wert drauf. Und das mache ich jetzt in der AfD. Und ich glaube, da bin ich gut aufgehoben, weil das die einzige Partei ist, die sich meiner Meinung nach nicht der Realität verschließt. Und die Realität, die sehe ich in Essen jeden Tag. Sie haben es angesprochen, wir haben immer noch ein Jahr nach, wir schaffen das, viele Flüchtlinge in Zelten. So, und die werden auch noch eine ganze Zeit lang bleiben. Weil das gibt noch nicht mal den Wohnraum, den ersten Schritt, das gibt keine Wohnung. In Essen fehlen 16.000 Wohnungen, die müssen jetzt noch gebaut werden. Die haben noch nicht mal die Fläche, um 16.000 Wohnungen zu bauen, geschweige denn das Geld. Wir überlegen jetzt zum Beispiel, bei drei stöckigen Wohnblöcken nochmal zwei Stockwerke oben drauf zu setzen. Nachverdichtung nennt man so. Tolle Ideen haben wir da. Dauern wird das Ganze noch Jahre. Und zwischendurch passiert überhaupt nichts. Es gibt immer noch kein vernünftiges Integrationskonzept. Wir machen da ein bisschen Sprachkurs und sonst überhaupt nichts. Von Frau Merkel kam nicht viel mehr, als wir schaffen das. Das muss man mal ganz klar sagen. Und dann hat man die komplette Verantwortung und hat die Kommunen abgehoben. Sie sind gleich dran. Und dann bin ich wieder dran mit den Kommunen. Sie sind gleich wieder dran. Aber wenn ich Basisarbeit, kommunale Parteiarbeit richtig verstanden habe, ist man da ja schneller. Sie sind Drahts ja auch in Essen. Ist man schneller als Entscheidungsheber, als wenn Sie das ganz dicke Brett der Bundespolitik bohren. Warum haben Sie das nicht in der SPD geschafft? Wenn man Ihnen zuhört, Augen zumacht, jawohl, das ist, wie heißt das immer so schön, ein O-Ton aus der Herzkammer des Ruhrgebiets. Jetzt sind Sie ein AfD-Ton aus der Herzkammer des Ruhrgebiets. Können Sie nochmal sagen, warum Sie das nicht mehr geglaubt haben, in der SPD umsetzen zu können? Und warum Sie das nur noch in der AfD sehen? Also ich habe es sehr laut und deutlich innerhalb meiner Partei gesagt, dass es nicht funktioniert. In jedem Gremium. Und nirgendwo wurde mir irgendwie Gehör geschafft. Es war immer tot, still, schweigen. Und dann die interessante Nummer. Sobald man rausgegangen ist, haben auf einmal sämtliche Leute auf die Schulter geklopft. Wir zeigen das mal. Als Sie rausgegangen sind, da wussten die allerdings noch nicht, dass sie in die AfD gehen würden. Das muss man dazu sagen, was da los war. Die SPD-Ratsfraktion bedauert, die Entscheidung von Guido Reil mit sofortiger Wirkung aus Partei und Fraktion auszutreten. Rainer Marschan, der Chef der Essener SPD-Ratsfraktion, wollte sich mit dem Parteiaustritt unseres Gastes Guido Reil zunächst nicht abfinden. Wir würden uns freuen, wenn Guido weiter gemeinsam mit uns für eine sozial gerechte Großstadt Essen kämpft. Betroffenheit und Bedauern, auch von Genossen und Freunden auf Guido Reils Facebook-Seite. Schade. Die SPD braucht Leute wie dich, die offen sagen, was nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ich ziehe den Hut vor dir, Guido Reil. Sehr klare Worte und sehr konsequent. Schade, dass ein guter geht. Wirklich schade. Ich hatte gehofft, es geht noch weiter, um vielleicht doch noch etwas zu bewegen. Das waren die Tränen nach dem Austritt. Die Türen sind zu, seit sie in die AfD eingetreten sind. Haben Sie eine Klärung dafür, warum Ihre Parteifreunde die Probleme, die Sie beschrieben haben, die jetzt auch nicht exklusiv sind, dass die nicht so wahrgenommen wurden wie durch Sie? Weil die wohnten ja nicht in Berlin, in Husum oder in Kempten. Also die Realität wird verweigert. Und das nicht erst seit der Flüchtlingskrise, sondern schon viel länger. Multikulti. Warum? Weil es ideologisch gewollt ist, genau. Weil ideologisch gewollt ist. Multikulti funktioniert in der Arbeit der Konzialbausiedlung im österreichischen Norden nicht. Das kann ich Ihnen verraten. Und nicht erst seit gestern. Woher wissen Sie das? Weil ich da wohne. Weil ich da tagtäglich mit ansehe. Sie sind mit einer Russin verheiratet. Also Sie wissen, was Multikulti ist? Genau. Ich weiß, was Multikulti ist. Ich weiß, was Integration bedeutet. Ich habe alles durchlebt. Ich bin mit türkischen Kollegen aufgewachsen. Ich habe mein ganzes Leben mit türkischen Arbeitskollegen zusammengearbeitet. Immer gut zusammengearbeitet. Ich glaube, ich weiß, wo ich rede. Hat es doch funktioniert. Es hat bei ganz, ganz vielen Punkten nicht so gut funktioniert, wie wir das gerne hätten. Und da müssen wir mal offen darüber sprechen. Weil sonst werden wir die Probleme nicht lösen. Man kann nur Probleme lösen, die man anspricht. Zum Beispiel, wenn Sie Privatumgang hatten oder haben mit türkischen Kollegen, was fällt Ihnen da auf? Was mir in den letzten Semin. Für die war Atatürk der größte Türke. Da hinkt ein Bild von Atatürk. Heute verachten die Atatürk als jemanden, der die Türkei kaputt gemacht hat. Also da hat sich was völlig verändert in den letzten Jahren. Und das müssen wir mal langsam wahrnehmen. Da kann man nicht einfach die Augen vorverschließen. Frau Schwan, meine türkischen Arbeitskollegen, so äußern wie ich, machen sich heute Sorgen um ihre Kinder. Weil die immer radikalisiert werden. Frau Schwan, wir müssen das, das ist schwierig jetzt für Sie. Aber das ist beides SPD und das ist etwas, was wirklich dramatisch ist. Ich weiß nicht, ob Sie das vorstellen können. Das Problem des urbanen Raums, die Ghettoisierung. Es ist aber jetzt mal ein Problem der stolzen Sozialdemokratie, wenn so ein Typ wie der Reil rausgeht und sagt, na 6,20 Jahren, das geht nicht mehr. Deswegen gönnen Sie mir noch eine Frage an Frau Schwan. Das ist sozialdemokratisches Kernland. Ich habe es eben schon gesagt, in Nordrhein-Westfalen, in Essen. Was bedeutet das für die SPD, vielleicht auch nur die SPD in Nordrhein-Westfalen, ich will nicht verallgemeinern, Menschen wie Reil zu verlieren, sie jedenfalls nicht halten zu können? Natürlich muss man realitätsdüchtig bleiben. Ich plädiere immer dafür. Dieselben Geschichten gibt es oder ähnliche auch in Ihrer Partei, bei Konservativen in Hessen oder in Baden-Württemberg, die sich eben in der Union, in der CDU nicht mehr zu Hause fühlen. Und was lernen Sie daraus, wenn Sie ihm zuhören? Zunächst einmal glaube ich, dass Herr Reil aufgrund seiner Erfahrung mit sich gerungen und gekämpft hat und eine Entscheidung getroffen hat. Ich halte die für falsch, weil die AfD bisher, seit es sie gibt, kein einziges Problem gelöst hat, keine Integration vorangebracht hat. Ich habe hier in der Sendung mal eine überzeugte Grün-Wählerin gehabt, die hat 20 Jahre lang Grün gewählt, war auch mal Mitglied, hat dann mal AfD gewählt, weil sie gesagt hat, ich möchte den größtmöglichen Protest loswerden, weil ich habe sonst keine Adresse dafür. Sie sind jetzt übergetreten, aber ist es bei Ihnen auch ein vielleicht größtmöglicher Protest und dass Sie im Herzen, ich will Sie da gar nicht zurückquatschen in die SPD, aber tatsächlich jemand bleiben, der dasselbe will, nur einen Böller loslassen möchte und so versuchen möchte, etwas zu bewegen. Weil Herr Altmaier wirft ja der AfD vor, bisher nichts bewegt zu haben, ist schwierig bei einer Partei, die noch keine Regierungsbildung hat. Die Frage ist ja, wird sie Koalitionsangebote bekommen? Glauben Sie, etwas bewirken zu können, indem Sie diesen Böller losgelassen haben? Also ich bin und bleibe Sozi und ich glaube, ich kann in der AfD eine Menge bewegen, gerade für meine Leute, für die Arbeiter, für die kleinen Leute. Ich bin und bleibe Sozi in der AfD. Was macht denn den Sozi aus? Ich bin strotz sozial eingestellt, strotz sozial eingestellt und ich helfe gerne Menschen und es gibt jede Menge Armut und Not in Deutschland. Ich habe Probleme im Alltag und diese Menschen nehmen auf einmal wahr, jetzt kommen Menschen aus dem Nahen Osten und aus Nordafrika ohne Pässe, strotz gesund, hervorragend gekleidet und die bekommen mir das große Grundumsorgungspaket. Und das verstehen die nicht, das sind Menschen, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, die was beigetragen haben zu uns an. Und jetzt kommen Menschen aus Nordafrika und aus dem Nahen Osten, aus dem Gebiet der Erde, das am gewalttätigsten, frauenfeindlichsten, antisemitischen und homophobisch ist und wir denken, das wird alles hier gut und wir schaffen das? Also ich bitte Sie, man muss doch mal die Realität wahrnehmen, was ist denn da los in diesen Ländern? Wie sind denn diese Menschen geprägt? Die vergessen doch nicht auf einmal ihre ganze Prägung. Junge Männer mit 18, 19, die sind fertig geprägt, da machen sie nichts bei der Erziehung. Wissen Sie, wie schwer das ist? Man wird in der Kindheit geprägt, das kann Ihnen jeder selbst Theologe erklären. Und das ist uns alles völlig egal, das wenden wir einfach so weg. Wissen Sie, was sich in Essen alles verändert hat in den letzten Jahren? In jedem Supermarkt, in jedem Discounter gibt es Security. Die stehen da nicht, um den Flüchtlingen die Auslage zu erklären, das kann ich Ihnen versprechen. Auf jedem Stadtsaalfest, auf jedem Stadtsaalfest haben wir Security ohne Ende und Polizei. Und trotzdem gibt es Probleme. Aber Entschuldigung, Entschuldigung, das ist genau die Propaganda. Die Propaganda, die unverantwortlich ist, weil sie falsch ist. Traditionelle Stadtsaalfest, es gab auf diesem Stadtsaalfest noch nie so viel Security und Polizei wie in diesem Jahr. Und es gab noch nie so viele Probleme und noch nie so viele sexuelle Übergriffe wie in diesem Jahr. So, das muss man alles mal wahrnehmen. An jedem warmen Sommertag gibt es Probleme in den Schwimmbädern. Im Essen im Grugaband erst vor 14 Tagen sexuelle Übergriffe. Das hat es vorher alles nicht gegeben. In der Tat gab es das auch am Wochenende. Und wir sprechen nur noch von Security und von Polizei. Ja, das hat er noch mal recherchiert. Und ich möchte in keinem Polizeistaat leben, das sage ich Ihnen auch. Ich bin Pazifist, ich bin ein ganz komischer Nazi. Ich hasse Waffen, ich hasse Gewalt. Und ich will in keinem Staat leben, der jetzt aufrüstet, der überall Kameraüberwachung positioniert, der dabei ist, die Bundeswehr zu ertüchtigen, in Deutschland eingesetzt zu werden. In so einem Staat will ich nicht leben. Und in diese Situation kommen wir gerade, da muss man doch endlich mal wahrnehmen, was hier los ist. Man kann die Augen nicht dauerhaft vor der Realität verschließen. Karl Mayer? Ich will nur sagen, dass wir unverantwortlich handeln, wenn wir Dinge zusammenbringen, die nicht zusammengehören. Die Polizisten, von denen Sie sprechen, die Sie sehen bei den Festen, das sind Polizisten, die für unsere innere Sicherheit sorgen und uns gegen Terroranschläge schützen. Und die Terroranschläge, wir haben in Deutschland zwei erlebt, in Belgien und in Nizza und in Paris, auch in München übrigens, wo zehn Menschen umkamen, erlebt, das waren keine Flüchtlinge aus dieser Flüchtlingswelle, das waren Menschen, die in diesen Ländern geboren waren, aufgewachsen waren. Wir haben radikale Gefälle, die in Syrien waren als Kämpfer, die haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Die sind zurückgekehrt. Da sind auch Konvertiten dabei, dass die Menschen nicht gebrauchen, die Migrationshintergrund haben. Und nun so zu tun, als ob Hunderttausende von friedlichen Flüchtlingen, die vor einer Gefahr für Leib und Leben geflüchtet sind und nichts anderes wollen, als friedlich zu leben, die Deutsch lernen, die sich beruflich integrieren wollen, als ob das der Grund dafür ist, dass die Polizei vor den Geschäften und vor den Vereinsfesten steht. Das ist unverantwortlich. Und deshalb möchte ich das gerne klarstellen. Die stehen eigentlich vor dem Terrorgefahr. Wir haben immer wieder Erkenntnis, die größte Zahl von sexuellen Übergriffen passiert in den deutschen Familien. Das ist das größte Problem. Und nicht die Übergriffe, die sie nennt. Wenn ich mal eine Zeitung gucke, was da so was passiert. Realitätstisch. Das ist eine völlig andere Realität. Nein. Da sind ein Prozent der Bevölkerung Flüchtlinge von 90 Prozent der Delikten. Entschuldigung, darf ich mal gerade jetzt die Gemüter ein bisschen beruhigen. Schauen Sie sich das Bild bitte mal an. Haben Sie gerade mit Ihrem Satz reflexartig, die größte sexuelle Gewalt passiert in deutschen Familien. Mag sein. Die größte Zahl der sexuellen Gewalt. Ja, wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Das war Köln. Das war Köln. Wir haben heute noch mal telefoniert. Über 600 ermittelte sexuelle Übergriffe. Ihre reflexartige Reaktion zu sagen, das größte Problem ist die sexuelle Gewalt in deutschen Familien. Machen Sie nicht gerade mit solchen Sätzen AfD-Wahlkampfhilfe par excellence reflexartig dran zu tun? Ich kenne viele Familien, an denen ist an dem Tag die Diskussion über Flüchtlinge gekippt. Nein, also ich muss erstens sagen, nach allem, was ich weiß im Vorlauf von Köln, ist es nicht das erste Mal. In den Jahren davor gab es das genauso solche Gewaltbegriffe. Genau, nicht genauso. Es war vielleicht nicht in der genauen Zahl, aber es gab sie vorher. Was macht es das besser, wenn es das schon mal gab, wenn wir jetzt wissen, dass es vor allen Dingen Nordafrikaner waren? Wenn wir jetzt wissen, dass ein SPD-beeinflusstes Polizeipräsidium mit einem SPD-geführten Innenminister nach vielen Jahren Statistiken so gepflegt haben, dass es nicht publik wurde. Dass es erst an die tausend Fälle bedurfte, um das ans Tageslicht zu bringen, was Sie jetzt ans Tageslicht bringen. Sie sagen, das gab es schon immer. Da müssen Sie sich doch entscheiden, was war denn. Wenn Sie von Realitätstüchtigkeit sprechen, dann bitte ich darum zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen der Realität gibt. Dort, wo ich Verantwortung wahrnehmen kann, tue ich es auch als Politiker. Sie sagen, ich bin heute nicht in Europa. Ich möchte gerade gerne daran glauben, dass die europäische Lösung, endlich, die Menschen haben den Schuss gehört, nicht mehr so fern ist. Und dann gucke ich Herrn Altmaier an und dann fällt mir ein, dass Herr Altmaier schon einmal an diese europäische Lösung appelliert. Am besten gucken wir uns das mal. Die Bundeskanzlerin wird dafür sorgen und wir alle werden sie unterstützen, dass die 160.000 verteilt werden. Weil es eine Aufgabe ist, die kein einziges Land alleine schultern kann, sondern eine gesamteuropäische Verantwortung entsprechend unserer europäischen Werte. 160.000 Flüchtlinge umverteilen. Eine gesamteuropäische Verantwortung, die nach dem Willen der Regierungschefs möglichst schnell umgesetzt werden sollte. Das Ergebnis? Bis heute, also nach elf Monaten, sind gerade einmal 4.513 Flüchtlinge umverteilt. Geht es in dem Tempo weiter, dauert die Aktion noch bis ins Jahr 2048. Wir haben es hochgerechnet, Herr Altmaier, den muss ich jetzt schon fragen, weil er hat es ja da mit viel Hoffnung an die Wand gemalt. Bis 2048 würde das dauern. Geben Sie uns doch bitte mal Hoffnung, liebe Glauben, dass das, was Herr Sobotka als europäische Lösung anmahnt, Frau Schwan als Lösung sieht, Sie als Lösung auch sehen, fordern. Ja, also erstmal, dass es klappen soll, wenn ich diese Zahlen sehe. Dass es rumpelig und poltern zugeht und langsam, das ist ja bekannt. Brigitte Büscher und unsere Zuschauer. Ja, ja, uff, uff, auch die fragen sich natürlich, haben wir viel geschafft oder sind wir einfach völlig überfordert mit der Flüchtlingspolitik? Die Merkel-Flüchtlingspolitik hat Deutschland geteilt und ist Sprengstoff für die Existenz der EU. Und auch nochmal so ein kleiner Blick auf den Wahlsonntag gestern in Mecklenburg-Vorpommern. Hildegard Beitler schreibt bei uns im Gästebuch, die AfD zu wählen scheint zurzeit die einzige Möglichkeit der Bürger zu sein, die Bundesregierung zu einer umfassenden Korrektur ihrer Flüchtlingspolitik zu bewegen. Armes Deutschland. Armes Deutschland.